Ich wusste, dass nun auch meine Tage gezählt sein würden. Nach zwei Jahren der Gefangenschaft im Tower of London verurteilte mich Heinrich VIII. ohne Gerichtsprozess zum Tode. Man führte mich auf den Innenhof des Tower of London, wo bereits der Henker, welcher sich meinem Schicksal annahm, auf mich wartete. Der Henker war jedoch noch sehr jung und unerfahren. Ihm gelang es erst beim 11. Hieb, mich mit seinem Schwert zu töten, wodurch ich einen langsamen, schmerzhaften Tod starb. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar von dir sehr freuen.